So, ich bin jetzt am Stand der Königin des Beauty-Business, hier bei Judith Williams. Was ist denn da alles drin? Also die Füter Mineral, 24 Stunden Creme, ist ein wirkliches Allround-Talent. Es ist auf der einen Seite Feuchtigkeitsspenden, auf der anderen Seite wirkt sie auch frühzeitigen Hautalterungen entgegen. Das Besondere daran ist, es ist ein sieben Pflanzen- und sieben Mineralien-Komplex enthalten, der auf der einen Seite die Haut mit wichtigen Vitaminen, Spurenelementen, Nährstoffen versorgt. Das ist so wirklich das Hauptding dieser Creme. Können wir das mal bitte testen? Ja, natürlich. Natürlich möchte man da auch sehen, wie sich das auf der Haut so anfühlt. Richtig? Ja, einen Moment. Wir machen hier eine frische auf, guck mal an. Einen Moment. Man sieht da jetzt auch ganz schön diese gelben und roten Partikel. Was genau ist das denn? Genau, das sind verkapselte Vitamine, Vitamin A und E, die dann, wenn man sie einmassiert, schön aufplatzen und die Haut kann sie dann eben besonders toll aufnehmen. Ein anderer wirklich toller Benefit dieser Creme ist, dass sie eine Mikromolekulartechnologie verfolgt. Das heißt, die Haut kann diese Creme besser aufnehmen, dadurch, dass eben kleinere Partikel integriert sind. Die Pflanzen, die da integriert sind, sind schonend verarbeitet. Das heißt, sie werden nicht über 30 Grad erhitzt, was wieder eben dazu führt, dass die Nährstoffe erhalten bleiben und dann besser in die Haut schlussendlich gelangen können. Oh, diese Creme hat ganz viel mit meinem Leben zu tun, weil das ist die erste Creme, die ich auf den Markt gebracht habe. Ich wollte damals Dinge tun, die einfach ein bisschen anders sind als das alles, was ich in Kosmetik gesehen hatte, etc. Also du merkst schon, ich kann kaum aufhören, ich liebe meine Pläne. Ich merke, es sterbt nur noch von daher, aber auch zu Recht, also es fühlt sich tatsächlich sehr, sehr gut an. Es zieht schnell ein, trotzdem ist die Pläne nicht so richtig, aber trotzdem spürst du da sofort alles absolut von der Vormächtigkeit ist. Ja, ja, und die ist auch wunderbar für eine jüngere, aber auch für eine ältere Haut, weil es geht wirklich darum, die Haut zu nähren und die Haut wieder aufzubühlen. Das ist die Creme for the glow of your skin. Passt auch, und es passt auch, wie die Faust aufs Auge ist. Wir sind auf der Glauben, das ist der Glow für das Gesicht, wenn er handelt hat. Ja, Feuchtigkeit, Feuchtigkeit, das finde ich. Danke, tschüss. Vielen Dank.